Während die neue Bundesligasaison näher rückt, zeigt Borussia Mönchengladbach vielversprechende Anzeichen von Weiterentwicklung und Anpassung. In einer Reihe von Vorbereitungsspielen hat das Team eine neue Stärke gezeigt, insbesondere bei Standardsituationen, die in der kommenden Saison entscheidend sein könnten. Sind wir Zeugen einer neuen Ära der Fohlen? In den Testspielen der Vorbereitung konnte Gladbach alle vier Spiele für sich entscheiden. Die Siege gegen den FC Wegberg-Beegg, 2-0, Fortuna Sittat, 3-1, Holstein Kiel, 1-0 und das U21-Team von Ipswich Town, 3-1, belegen eine konstante Leistung. Auch wenn das Team noch nicht durchgehend spektakulären Fußball gezeigt hat, erzielte es insgesamt neun Tore und zeigte eine solide Defensive, die nur vier Gegentreffer zuließ. Besonders interessant in diesen Testspielen ist Gladbachs Effektivität bei Standardsituationen. Von den neun Toren fielen fünf nach Standards, was auf eine wichtige taktische Weiterentwicklung hinweist. Das Ausgleichstor gegen Ipswich Town kam zum Beispiel nach einem präzisen Freistoß von Kevin Stöger, der Tim-Kleindienst-Kopf fand. Diese beiden Neuzugänge erwiesen sich als Schlüsselspieler bei der Ausführung dieser Spielzüge und brachten eine neue Dimension in das Spiel von Borussia. In der vergangenen Saison war Gladbach bereits eines der effizientesten Teams bei Eckbällen, mit zwölf erzielten Toren, der beste Wert in der Liga. Direkte Freistoßtore hingegen gab es keine. In diesem Jahr könnte sich das ändern, da Spieler wie Stöger ihre Fähigkeit und Präzision bei Freistößen unter Beweis gestellt haben. Diese neue Waffe im Arsenal von Borussia könnte in engen Spielen entscheidend sein, wenn eine einzige Standardsituation den Unterschied machen kann. Obwohl nicht alles in den Testspielen perfekt lief, zeigt sich Trainer Gerardo Seohane optimistisch über die Fortschritte des Teams. Wir haben das Gefühl, dass einige Dinge anfangen, Früchte zu tragen und dass sich die Mannschaft weiterentwickelt. Das gibt uns Vertrauen in den Weg, den wir gehen wollen, sagte Seohane. Diese Aussage ist ein klares Zeichen dafür, dass der Trainer ein greifbares Wachstum in der Spielweise der Mannschaft sieht, insbesondere in der Nutzung von Standardsituationen, um Torchancen zu schaffen. Mit dem Bundesliga-Start am 23. August gegen Bayer Leverkusen sind die Fans von Gladbach gespannt, wie sich das Team in einem hochklassigen Wettbewerb schlagen wird. Die Herausforderung wird groß sein, vor allem wenn man bedenkt, dass einige der Spieler, die in den Testspielen brillierten, wie Grendt Leon Ranos, Thomas Quankara und Shio Fukuda, möglicherweise nicht in der Startelf stehen. Dennoch bieten die Kaderbreite und der neue Fokus auf Standardsituationen Grund zum Optimismus. Die große Frage ist, wird diese neue taktische Ausrichtung und die Stärke bei Standardsituationen ausreichen, um Gladbach eine erfolgreiche Bundesliga-Saison zu bescheren? Was können wir von dieser neuen Stärke im Borussia-Park erwarten? Und ihr, Fans? Was haltet ihr von Gladbachs Vorbereitungsspielen? Glaubt ihr, dass die neue Stärke bei Standardsituationen ein entscheidender Faktor in der Saison sein wird? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen. Wir sind gespannt auf eure Erwartungen an Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison.